Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analyse-Materie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Wenn's mal wieder brennt. Du hast also die Rostpfade gesichert. Gute Arbeit, Mann. Viel Glück da draußen, Tepa. Ja! Ich glaube, der Analyse-Kampfbericht ist fertig. Hallo, Cloud! Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Ich glaube, der Analyse-Kampfbericht ist fertig. Ich glaube, der Analyse-Kampfbericht ist fertig.